das war ja doch hier brauche ich denke ich werde müde kaffee sie haben sich also steht doch alleine auf wenn du lange so damit wir die zeit nicht umsonsten bestehen werde ich mal ganz kurz wo es regnet tatsächlich krass es kann sogar regnen jetzt schon kohle und polsbreiter rausnehmen darf raus alles einlagern kein problem gerade haare ins gesicht und das mikro hat das den abbekommen mit meiner hand komfort reisen habe ich noch keins also kannst auch reisen kriegen aber einfacher rufen ich weiß ganz anders na ja was wird sogar Ich brauche jetzt einfach nur diese 5 Holzbreiter und dann hätte ich schon wieder den nächsten Tisch, womit ich dann halt noch mehr machen kann. Ich weiß gar nicht, wenn ich meine Montageplatte da upgrade, dann kriege ich ja wahrscheinlich hierfür neue Rezepte, oder? Geht das richtig? Grill, Wassertank, cool, ein Wassertank. Und ich muss dringend noch meinen Beat erweitern. Wie bitte? Hab's nicht richtig verstanden. Aber ich meinte, wenn ich jetzt meine Kehrze schon erledigt, hab's gerade gesehen, wenn ich Montageplatte zu Level 2 kriege ich 3 Rezepte mehr. Und die hier kriege ich wahrscheinlich, wenn ich die Dinger hier gebaut hab, vermute ich mal so. Oder kommen nach und nach freigeschaltet. Gib mir meine Bretter. Gibt vielleicht auch doch nur noch 2 Bretter, ne 5. Oh nein. Was denn? Ich hab die Versammlung verpasst. Ist das schlimm? Weiß ich nicht. So, ist das schlimm? Ist das wichtig, wenn ich sie verpasst hab, irgendwie, dass ich das nachhole oder so? 3 Bronzebarren, bitte. Aufdruck zu erfüllen, 975, 276 und 243. Das machen wir schon wieder. Gebt mir eh nur das Geld. Was? Ich schreib nicht Nahrung oder Essen, sondern ich schreib erst Bar aus der Hand. Was? Nahrung fand ich voll freundlich gemacht von mir. BAM! Was ist das nicht? BAM! Geht mir da. Ganz viel! Armoh on! BAM! Ach ja genau. Und ich hätte gerne noch... Brunsgespitzer gil. Ach da fehlt mir noch ein Verbesserungsfeld. Was holen wir zuerst. Ich habe noch einen Skillpunkt, ich habe mich voll vergessen. Die Kräuter und die Schlangenbären hast du zu Grünzeug sortiert, ne? Kräuter und die was? Schlangenbären. Ja, ich glaube schon. Ich habe die zu Nahrung sortiert. Alles, was mir kein... Also zu Essbares. Wie bitte? Also zu Essbares. Alles, was mir GP wieder gibt, ist... Ich denk's. Echt? Weiß ich nicht. Alles, was mir GP gibt, ist Nahrung. Okay. Und Ausdauer. Ja, das auch. Also alles, was mir Punkte gibt. Ich sehe gerade... Eisenerzkriff für den verlassenen Ruinen 2. Okay. Leihärzkriff noch bei den ersten, glaube ich. Das habe ich noch nicht gefunden. Ich auch noch nicht. Aber vielleicht findest du das nachher ein bisschen tiefer, wenn du die bessere Spitze hast. Ja, ich bin noch... Ach, ich denke mal, es liegt an der... Ähm... Anlängs. Ja, genau. An der Spitze. Ja, genau. Ja, vielleicht die bessere. Ich guck da nachher mal. Ach, deswegen wollten die Leute noch Regenschirm haben, aber ich selber brauche ja keinen. Ich werde jetzt da nicht irgendwie krank oder so. Ja. Muss ich mehr. Muss ich Kopfhacklegen machen. So, magst du mir bitte eine neue Spielsocke? Andere Spielsocke. Tschüss. Tschüss. Ach, schön. So kann ich größere Steine kaputt machen. Vielleicht doch schon den da, weiß ich gar nicht. Jawohl, das geht sogar schon bei dem. Cool. Ich brauche schon eine größere, ernsthaft. Soll ich den kleinen anfangen? Ne. Ist das noch hier? Ist das noch ein einzelner, nicht? Marmor habe ich jetzt. Und... Sollte du bist über die Talers-Mann schon ausreichen? Ich habe das leider das Crafting-Rezept nicht gekauft. Obwohl ich eigentlich für so ist mir ein recht gutes Gelebnis habe. Ach, zwei Marmor kostet das nicht. Okay. So. Einmal der Quest abgeben. Wo statt? Andere Brügel. Ich glaube, ich farme jetzt mal Holz zusammen. Lässt dich, oder? Ja. Alle hier mit Regenschirm und ich, durchnässte Haare, nasse T-Shirt, kurze Hose. Klingt wie in echt. Was? Alle sind so mit Regenschirm, Pisswetter und ich, nasse Haare, nasse T-Shirt. Ja, das passt. Du so. Hallo, willkommen zurück. Ach, der war weg? Oh. Das habe ich mir auch gerade gedacht. So. Ich kriege sowieso gerade nur die Hälfte von daher. Ich bin müde. Ich bin müde. Mach doch Haare. Ja. Ich will aber nicht nachher machen. Wegen meinem Vorsprung dann? Nein. Ich will noch ein bisschen spielen. Eine halbe Stunde noch, ja? Ja, Mama. Ja. Sehr gut. Ayo, Katze geholt zum Schmusen. Was? Er hat seine Katze zum Schmusen geholt. Awww. Irgendwie schon ein paar Zeichen. Ja, Schuße schneiden. Hallo, süßer Boy. Oh Gott. Ich habe alles zunichte gemacht. Ja. Nein, Mann. Ich will doch nicht gehen. Ich will noch ein wenig tanzen. Okay. Jetzt ist wirklich alles kaputt. Ach. Also, ich bin mit meiner Werkstatt noch platz. Ich muss jetzt Pflanzenfasern. Hier. Oha. Platz 4 ist ja schlecht. Awww. Aber egal. Ich werde alle anderen in den Boden stampfen. Das tut mir noch ein bisschen. Ist wahrscheinlich. Aber das ist nicht so schlimm. Ich habe Geduld. Hast du das ja. Ja. Eine Goldkröte. Ein Tee-Tier über das Tee-Dieb habe ich einen Tee ergießen. Gib mir 50 PP. Okay. Dann werde ich aber trotzdem erstmal bei Nahrung mit rein tun. Darf ich... Halshacken. 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 Yo, Twink. Was? Er sagt, Twink ist da. Er sagt, kommen Haare im Real Life, aber umso mehr im Game. Halshacken. 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 Er kann die halt nicht so karl stellen. Ne, ich wollte es eigentlich realistischer machen, aber es klappte nicht ganz. War echt schade. Aber man merkt, es ist spät. Twink ist da. Shuso ist da. Es fehlt Mario da noch. Der Twink kommt immer erst zu spät. Ja. Twink kommt immer spät. Kann gut und schlecht sein. Twinko, Twinko, Riddlestar. Ja, da muss... Ah, muss ich das gerade erinnern? Mit dem Twink. Entschuldige. Ja, besser ist das. Meinst du? Twink, meinst du das wirklich besser? Besser spät als nie. Wie, ich bin da. Ich hab seit eben noch gespielt, von 17 Uhr bis vor ne Stunde. Ja, Shuso, du bist da. Bist du auch schon ein Weichen länger bei mir. Wenn du deine Wände dabei bist, bist du meist erst später dabei. Das ist normal. Meinst du, man kann sich die Kätzchen als Haustiere nehmen? Nein. Ne, ne? Ne, ne? Ne streu in der Gatte. Solange es nach der Frau ist, kann auch vor der Frau sein. Dann machen wir mal ein bisschen weiter. Ob das löst, ist ne andere Sache. So, was wollte ich denn jetzt mit den ganzen Holzzielen machen? Ach, genau. Wollt ihr alle abgeben? An wen? An welchen neuen Arbeitstisch kriege? Achso. Muss mich nur beeilen, weil er in der Stunde macht das Büro zu. Genau. Gibt es 18 Uhr machen, die immer. Katalog. Heiztisch. Verbessern. Und dann gibt es die ganzen neue Rezepte. Jawoll. Muss einfach da stehen bleiben. Yeah. Nächste hat dann noch mehr Sachen. Aber das braucht dann wiederum andere Teilchen mehr. 10.000. Also hier die Montage. Ich geh mal den Käfer verkloppen. Wenn dein Haus Level 4 ist, kannst du Kinder kriegen. Ii, ich bekomm Schleim von denen. Ja. Von dann Char. Kann man ja die Kinder kriegen. Wie cool ist das denn? Das sind meine kleinen Helfer, ne? Kann der Regen auch wieder aufhören. Hat ein Wetter. Ii, die werfen mit irgendwas. Ja. So, wir brauchen drei Gummireifen. Wo haben wir denn sowas? Ich komme mal hier Gummireifen. Gummifracht und Bronze waren. Arzt. Wie der Bronze, muss ich mir schon mehr Farben gehen. Was man kriegst? Kiefer Ei. Mein Kupfer ist leer. Was? Jaaa. Ein Gummireifen? Eieieieiei. Mach ich denn die Sitze? Gucken. Sind die Lamas stärker als die Maringenkäfer? Hä? Frau Maringenkäfer greift einfach so an. Ja. Jaaa. Jaaa. Oh, Wandlicht. Bin ich habe. Das ist hier am Ring. Hier draußen. Und hier drinnen. Hier drinnen. Oh. Aber egal, dann habe ich mehr... Ich muss nur ein Auto, was da fährt. Ein Boss. Warum? Nicht. Will der mich töten? Das ist ein Boss. Warum soll der dich nicht ein Boss töten? Ah, ich kann absteigen. Cool. Alleine die Frage, warum soll der dich nicht ein Boss töten? Weil der dich anhält. Ich muss hinterherlaufen. Vergibt dir das? Ja, ich bin jetzt schon untertrande. Leraquill. Kräuterzaun. Cool. Da eins ist jetzt. Kostet Leder. Da sind Krabben auf der anderen Seite. Alter. Ja. Die Krabben findest du auch hinten bei der einen Angerstelle. Okay. Wie heißt das? Kraften kannst du? Kraften kannst. Kraften kannst. Ich kippe und du Lamas verhauen. Zwei Holzbretter von der Schneidemaschine. Und ein Leder. Holzversitze. Also machen wir mal eben vier Holzbretter. Drei kann ich nur machen. Du verarschst mich doch. Ich will das Auto fertig haben. Ah, wenn du Lamas verhaut, kriegst du Tierknochen. Ja. Ja. Dann noch ein Holzbrett. Und dann... Äh. Genau. Leder. Ohne Textilmaschine. Die hab ich noch gar nicht. Ach. Oh, na toll. Die hatte ich. Kann ich... Äh. Schuh zu kann ich mir... In der Stadt Leder kaufen. Ist denn immer ein Shop Leder? Oder muss ich das echt erst noch herstellen? Ja. Na ja, ich kann auch schauen. Ah. Glauben nicht. Verdammt. Verdammt. Ich werde das Ding wieder abbauen. Ich werde die Textilmaschine bauen. Und dann nochmal neu anfangen. Richtig ist auch wieder? Genau. Schauen wir mal bei der Begleitungsabteilung nach. Okay. Aber die werden nicht mehr aufhören. Ich werde mal... Schlafen gehen. In der Endstadt, wo das Kleid ist. Ja. Ja. Mal gucken, weil ich habe echt keine Lust. Im Endeffekt. Jetzt nochmal die andere Maschine zu bauen. Damit ich... Nur damit ich das Leder kriege. Daily Remind. Der Tag der strahlenden Sonne. Am Zug. Jetzt nicht mehr. Tag der strahlende Sonne. War heute was besonderes? Die Höhle auf der Bernsteininsel. Ohne als Quest. Cool. Am Rathaus. Heute ist der Tag der strahlenden Sonne. Die Feierlichkeiten werden um 9 Uhr auf dem Peachplatz beginnen. Danke für das Geschenk, das du vorbereitet hast. Komm nicht zu spät, sonst gibt es keine Geschenke für dich. Kallius, komm mal auf einen Sprung herein. Ich habe einen Auftrag für dich. Jawohl, Minion. Strahlende Sonne, mach dein Invental leer. Oh, okay. Danke. Um strahlende Sonne. Der Tag heißt heute so. Achso. Ähm. Ganz leer, also auch meine Hotbar hier unten. Oder wie? Du sagst leer. Ist dann auch wirklich alles mit leer gemeint? Nein. Oder nur das Montal hier oben. Ich kann mir hier auch noch was freischalten, wusste nicht? Na sag doch. Ganz leer. Du wirst sehen warum. Das wird anstrengend. Das heißt, du kriegst Geschenke, wenn er sagt, du sollst es ganz leer machen. Ja. Ja. Dann werde ich mal ganz kurz, ich habe da noch eine Kiste. Alles mögliche ans Zeug da mal im Reinsetzen. Einlegen. Das gebe ich mal kurz hier und stellen einfach. Das, 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 das. Kann ich ja nachher alles nochmal einsetzen. Und dann gehen wir mal zum Peach Plaza. Den Rest brauchst du? Du hast ja noch Holz und Schanzenfasern. Gibt gar nichts. Nein? Nein. Aber jetzt, wo ich bei dem Stream zugucke, hast du halt noch was? In deiner Dingsleiste. Gibt gar nichts mehr, Api, alles klar wirklich. War das nicht die Peach Plaza? Was war das denn? Ach ne, der war ja vorne. Stimmt ja. Warum renne ich denn da runter? Schneller. Schau, ich hab drei Kopfklingeln gefertigt, wo ich eine zwei brauche. Ja. 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 ok neue quest beim rad es fängt an und sei immer schnell und spam e wenn es passiert ok ich werde warten und nach oben und nach oben Ah, cool. Was dann? Wir fangen lauter Geschenke vom Himmel. Ach. Deswegen wirklich leer, okay. Muss ich wirklich hochgucken oder haben wir so ein Geschenk hinterher rennen? Cool. Ach, die wollen alle die haben. Und ich... Ja. Danke. Hochgucken nur, um zu sehen, wo die fallen. Ja. Was hier? Hochgucken. Dann gucken wir an, wie sie ihn wechseln. Okay. Was ich gerade nicht weiß, die fallen vom Luftschiff, oder von dem? Süß. Jetzt selbst kannst du nichts sagen, aber das ist gut. Bist voll? Ja, ich bin nicht. Jetzt. Was, wieso hast du schon so viel? Denke? Nein, platzen wir im Winter. Ich habe gerade schon noch zwei Reihen freigemacht. Aua. Das erste kostet 400, das nächste ist 600. Otsch. Das ist jetzt akkombin. Das ist alles ein. Das ist alles. Was ist eigentlich? Das ist alles. Sagt der, der schon ne ganze Reihe voll hat. Da hinten. Eine? Aber hier pennt es alle schnell aus, ey. Ich bin zu schlecht mit dem Ausdruck. Na kacke. Ey! Meine Geschenke! Verbesserungsding! Jawoll! Das lohnt's euch! Tschüss. Kann man die nicht alle auslocken? Ich wollte mein Schwert durchrennen. Meinst, 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 meinst. Die sind selber auch gut. Mhm, da steht der Fahrzeug mit dem Sieg, ey. Drecksau. Geht's jetzt den ganzen Tag hinterher ran? Äh, erstmal schon. Kontan lohnt sich noch. Außer das war's jetzt. Ich glaube, das wäre ein bisschen wenig. Auf sieben bekommst du eine Errungenschaft. Ich glaube, du hattest zehn Geschenke, 40 Geschenke oder so. Ah! Schnelle Hände Errungenschaft. Cool. Okay. Auf und.